Ein wunderschönen herzliches Willkommen hier auf meinen Kanal. So, jetzt mache ich mich wieder, wie immer, sehr klein. Und ja, heute geht es um diese zwei Pakete hier hinter mir. Und damit auch Willkommen zum nächsten Vlog-Tag. Wir haben hier zwei Schwerlast-Retale, die jetzt aufgebaut werden. Und ihr seht schon, hier ist irgendwie so wie Zeug. Und ich weiß nicht, wohin. Deswegen habe ich mir zwei Retale gekauft. Und die baue ich mir hier auf. Ihr seht, was hier alles irgendwie ist. Jetzt räumen wir die Dampenzeugen mal alles auf mein Bett. Und bin mal gespannt, wo das dann alles wieder hinkommt. So, wir haben hier alles weggeräumt. Und somit schnappe ich mir mal das erste Paket hin. Baue gleich hier auch so ein wunderschönes neue Retale hier auf. So, ich habe mal meinen Seitenschneider gefunden. Das Gute ist, brauchen wir kein Werkzeug. Hier sind schon mal die wunderschönen Platten. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben es fertig aufgebaut. Sieht relativ gut aus. Man hat es relativ gut geschafft. Es ist aufgebaut. Jetzt freue ich mich nur noch schnell ein und dann kommen wir um die andere Ecke. Wir haben jetzt den Schrank oder das Radal so weit aufgebaut. Den anderen Radal habe ich rübergebracht und jetzt fehlt nur noch dieser Teil. Wir sind fertig mit dem Zimmer aufräumen mit Umbau und Co. Das ist hier das zweite Ritter auch alles. Hier ist alles wirklich irgendwie Filmequismen pur plus. Einfach alles was irgendwie mit Livestreaming teilweise, Aufnahme ist hier drin. Licht, Ton und E-Schilder und vieles mehr. Und auf der anderen Seite ist Röster, Privatzeug, auch mal Uni. Was kommt in die nächste Wohnung dann mit auf jeden Fall und er wird erst da dann gebraucht. Dann Kopierpapier, eben Uni. Sachen die du einfach immer brauchst. Ja und alles andere ist eigentlich so wie immer geblieben. Der eine kleinere da ist, da habe ich hier ein paar Ordner rein getan, weil ich stolpere über diese Ordner da manchmal andauern. Ja und die Dartscheibe habe ich auch um die Hand und sonst gebe ich hier auch nicht viel zu erzählen. Ich würde damit sagen, wenn euch diese Video-Vlogging-Tage einfach gefallen, einfach einen Daumen nach oben und einfach den Kanal abonnieren. Und es kommen immer spannende weitere Videos auch in Zukunft. Ähm und es gibt auch manche andere wichtige Sachen, die vielleicht aus meinem Leben zu erzählen sind. Und darum bleibt dran und schaut ihr irgendwie das nächste Video. Bis dahin sag ich erstmal schönen Tag, macht gut, bleibt gesund, tschüss. Und dann wird das Video. Vielen Dank.